Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Elke, unabhängige Stampin' Up! Demonstratorin und in meinem heutigen Video zeige ich dir eine Verpackungsidee. Thema ist eigentlich ein Last-Minute-Geschenk und das kommt von einem Insta-Hop, bei dem ich heute Abend noch teilnehme. Und ja, ich nehme dich einfach mal heute auf meiner kreativen Reise mit, wie ich mein Projekt für den Insta-Hop gestaltet habe. Mein heutiges Video ist inspiriert von einem Video-Hop, an dem ich heute auch teilnehme. Und das Thema von diesem Video-Hop ist Last-Minute-Geschenke. Und ja, für Kreative natürlich auch immer eine schöne Sache. Da kann man ja schnell mal eine Schachtel zusammen basteln und irgendwas Süßes mit reintun. Keine Ahnung. Meine erste Inspiration war mein Last-Minute-Geschenk, was ich heute zeigen möchte. Es ist eine Kartenzusammenstellung, nett verpacken. Denn das ist für mich absolut nicht unbedingt ein Last-Minute-Geschenk, aber doch tatsächlich auch ein Geschenk, was ich gerne mache. Und das ist die Kartenzusammenstellung, die ich meiner Schwiegermutter noch so als kleines Geschenk zu Weihnachten hinzufügen werde. Da freut sie sich sicherlich drüber, weil sie immer ganz gerne meine Karten auch verschickt. Und tatsächlich, als ich diese Karte für einen anderen Insta-Hop, da war das Thema schwarz-weiß, als ich die Karte gefertigt habe, habe ich tatsächlich auch an meine Schwiegermutter gedacht. Denn die musiziert ganz gerne mit Freundinnen. Und ich weiß, dass sie sich mit diesen Freundinnen jetzt durch Corona auch schon länger nicht getroffen hat. Von daher werde ich dazu noch eine zweite gestalten, in einer ähnlichen Art und Weise, aber auch mit den Noten, dass sie die Grüße an ihre Freundinnen schenken kann und schicken kann. Dann, ich zeige dir einfach mal die Auswahl, die ich jetzt getroffen habe. Dann war das eine Karte. Da habe ich eine Inspiration aus dem Jahreskatalog. Ich bin mir nicht sicher, ob es sogar dieser oder der letzte Jahreskatalog war, nachempfunden. Ach, ich glaube, das war mein Video. Oder, ja doch, ich glaube, ich habe ein Video gemacht zu Was bleibt. Und habe quasi dieses Stempelset, was ja zu den Painted Poppies auch gehört, das Grußstempel und die Stanzform. Da habe ich die Karteninspiration nachgefertigt, die halt im Katalog war. Das war ein relativ schönes Projekt in letzter Zeit, als ich mal wirklich ein bisschen kreativ sein wollte mit den neuen Produkten aus dem Minikatalog. Das ist dieser Stempel. Das ist ein aktueller Stempel. Das Beste Wünsche finde ich halt super schön. Und ich hatte noch diese Kartenbasis mit der Knackfolie gestaltet. Und dann dachte ich mir, ach, da mache ich jetzt mal eine Karte draus. Genauso auch dieses hier. Das ist auch mit einer alten Prägeform, mit Reste, Farbstreifen. Einfach eine schnelle, schöne Karte, die man auch wirklich last minute nochmal gut machen kann. Dann kann man ja auch einfach gleich ein großes Blatt Papier vielleicht mit Papierstreifen bekleben und kurz prägen. Eine super schnelle Karte. Da kann man dann auch schnell mal noch ein Set, finde ich, last minute zusammenstellen. Dann hatte ich ja so eine Reihe mit den Schmetterlingen. Also es ist wirklich gesammelte Werke aus dem letzten Jahr, die ich jetzt einfach verschicke. Hier habe ich mal diese Technik ausprobiert mit schrägen Streifen. Einfach aufkleben und eine schöne Grußkarte. Die ist schon sehr massiv, weil ich habe das erstmal auf schwarz drauf, dann nochmal mit schwarz gelayert. Und die ist schwer. Dann noch eine Einleger. Schwere Karte, aber trotzdem ganz schön. Und ich glaube, mal von der Farbgebung her ganz anders als das, was ich sonst gestalte. Und ja, ich hoffe, es gefällt dir. Ja, das war die Serie, die ich mal gemacht habe mit den Schmetterlingen, als ich die neu hatte. Das, finde ich, ist mal eine ganz witzige andere Kartenart. Einfach so einen Aufleger draufzulegen, den man hochklappt. Das war eine Video-Challenge mit Nicole und Katharina und Sandra. Und da haben wir uns gegenseitig Materialien geschickt. Die Karte finde ich immer noch ganz schön. Deswegen, die kann sie auch mal haben. Mal ganz schlicht. Heute ist dein Tag. Dann, auch dazu gibt es ein Video. Meine Güte. Es ist so ein bisschen Resümee des letzten Jahres, muss ich sagen. Oder des vergangenen Jahres. Was jetzt ja schon fast zu Ende ist. Hier habe ich ja die Hintergründe mal gestaltet mit Prägen und Knicken. Auch eine super schöne, dezente Karte mit zum Geburtstag. Ich hoffe, dass sie das auch gut gebrauchen kann. Hier habe ich gar keinen Gruß drauf. Ich weiß, dass meine Schwiegermutter sowas gerne mag. Und das war mal eine Kartensketchkarte, die ich mit meinem Team mal bei einem kleinen Teamtreffen gemacht habe. Und ja, das sind immer so kleine kreative Momente, die wir da haben. Wir haben uns dieses Jahr auch komplett digital getroffen. Also virtuell mit Videokonferenz. Und dann ist es immer ganz schön, wenn man so ein paar Ideen hat, die jeder halt zu Hause mit dem, was er hat, auch gestalten kann. Von daher ist das jetzt meine Kartenauswahl, die ich verschenken möchte. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten für mich zumindest, die schön zu verpacken. Das eine wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Karte, die jetzt nicht so erhaben ist, vielleicht diese wäre dafür sehr praktisch nach oben lege. Dann könnte ich hier einfach eine schöne Banderole drum machen, die man gut runterziehen kann so. Oder vielleicht sogar die Karte umdrehen, dass man gar nicht sieht, was es ist. Und dann einfach eine Banderole drum machen, farblich passend oder wenn man weiß nach außen nimmt. Und die Karten dann so als Kleinigkeit dazu zu schenken, das finde ich ganz schön. Ich werde aber heute noch eine Schachtel fertigen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Umschläge dazu legen werde oder nicht. Aber die Schachtel werde ich auf jeden Fall so gestalten, dass man Umschläge mit reinlegen kann. Das werde ich vielleicht machen. Einfach gar nicht passend zu den Karten, sondern einfach nur genügend Umschläge dazu legen, damit sie gleich Karten und Umschläge parat hat. Und dann nehme ich mir jetzt einfach mal hier ein Stück Papier und zeichne mal kurz auf, wie ich mir das vorstelle. Ich möchte einen Pizzakarton machen und der soll in der Fläche von unten, dass die Karten halt entspannt reinpassen und man sie gut rausnehmen kann. Das heißt, ich brauche rechts und links, oben und unten ein bisschen Platz. Das heißt, ich nehme 17 x 12 cm als Bodengrund quasi. Wenn ich mir das jetzt mal aufzeichne, wäre das jetzt quasi der Boden, wo die dann reinkommen. Und dann möchte ich hier außen, brauche ich dann Seitenwände. Also ich klappe es quasi schon auf. Hier wird dann nur gefalzt. Und ich messe mal kurz. Ja, das sind so, wenn ich da noch Umschläge dazu tue, brauche ich schon 4 cm, damit das noch entspannt geht. Und dann kann sie die Schachtel ja auch langfristig benutzen oder vielleicht auch nochmal was anderes reintun, um sie weiter zu verschenken. Das heißt, ich werde hier nochmal 4 cm dran setzen. In der Ausrichtung sind es jetzt 17. Und in der Ausrichtung ist es dann 4, 12 und 4. Und tatsächlich möchte ich einen Deckel dran machen. Und wenn ich jetzt hier einfach noch einen Deckel dran setzen würde, der hier nochmal so kleine Laschen hat, um es reinzustecken. Ich weiß gar nicht, ob du so ein Vermögen, so ein Vorstellungsvermögen hast. Also ich klappe quasi jetzt... Ach, guck mal, ich habe hier ein Paper Pumpkin liegen. Ich klappe quasi gerade so eine Schachtel. Die habe ich im Kopf. Und übrigens gibt es die auch in klein, diese Schachteln. Da könnte man dann sogar die Karten direkt reintun und bräuchte gar nichts selber basteln. Aber ich bin ja ein Selbermacher. Also ich habe jetzt mir das hier so vorgestellt. Das klappe ich nach da. Das ist diese Lasche. Die zwei nach außen geklappt sind diese. Dann ist diese Hochkantlasche ist das. Und hier der Deckel ist dieses hier. Und da sind dann halt diese Laschen, die ich da noch dran setzen möchte. Das heißt, ich bräuchte hier nochmal 12 cm. Und hier so eine Reinstecklasche von 2 cm, sage ich. Das heißt, ich bräuchte in der Höhe 4, 16, 20, 32, 34 cm. Wäre das komplett in der Höhe. 34 cm habe ich so jetzt nicht. Wenn du Farbkarton hast, der 34 cm hat, kannst du den benutzen und bräuchte es dann hier nur zu falzen und könntest das dann halt zuschneiden. Da ich das nicht habe, werde ich jetzt einmal diesen unteren Part. Ich hole mir mal kurz Farbstifte. Das heißt, ich werde einmal hier diesen unteren Part zuschneiden. Hier brauche ich übrigens auch noch so Klebelaschen dran natürlich, damit ich das zusammenkleben kann nach oben. Könnte ich auch an die Seite machen. Ich glaube, ich mache es sogar lieber an die Seite als an die Seite. Hinten ist es, glaube ich, relativ egal. Ne, nein, so wie ich es hatte, war es gut. Dann sieht es am besten aus. So, und das ist das eine. Das heißt, dafür bräuchte ich hier in der Breite 4, 21, 25. Ja, 25 mal 4, 16, 20. Mal nachrechnen. 4 und 4 sind 8, plus 12 sind 20 cm. Das brauche ich für das blaue Stück, um das zu gestalten. Und dann setze ich mir hier nochmal an. Und zwar schneide ich mir dann hier dieses hier nochmal zu. Und das ist dann halt 17 plus, hier mache ich hier, also die mache ich 2 cm, die Laschen. Also 2, 4 plus 17 sind dann 21. Ja, mal, da brauche ich jetzt in der Höhe 4, plus 12 sind 16, plus 2 sind 18 cm. Diese zwei Kartongrößen brauche ich. Und das Schöne ist, das kriegt man jetzt aus 2 DIN A4 gestaltet. Und ich werde jetzt einfach, um es relativ neutral zu halten, die Karte in weiß gestalten und dann einfach einen Auflegern schönen machen. Mit Designerpapier oder geprägtem Papier. Das gucke ich mal, dass ich da einfach noch was Schönes oben drauf gestalte, dass es hübsch aussieht. Aber jetzt zeige ich dir erstmal, wie ich diese Schachtel mache. Ich nehme mir dafür einfach den extra starken weißen Farbkarton. Das gibt dem Ganzen nochmal Stabilität. Das finde ich ganz schön. Und falze das jetzt erstmal, nein, erstmal zuschneiden natürlich. Ich fange mal an mit dem größeren Stück. Also mit dem blauen, was 25 x 20 cm hat. Dann schneide ich mir das erstmal jetzt auf 25 cm zu. Und 20 cm heißt, ich muss hier 1 cm abschneiden. Das kann ich mir auf dieser Seite angucken. Zur Kontrolle kann ich natürlich hier auch nochmal gucken, dass ich da die 20 cm habe. Es kommt nicht auf 1 mm, denke ich, an. Denn ich habe ja sowieso ein bisschen Luft gelassen, um da die Karten und die Umschläge gut reinzukriegen. Und das falze ich jetzt ringsum bei 4 cm, weil ich ja eine Höhe von 4 cm haben möchte. Und das lege ich mir auch einfach immer wieder hier bei den 4 cm an. Natürlich kannst du dir auch ausrechnen, was die Maße wären, wenn du es rüberschieben würdest. Aber ich bin tatsächlich da... Ich bin faul zu rechnen. Tendenziell beim Rechnen verrechnet man sich ja auch gerne mal. Und so kann ich halt hier auch immer gucken, dass ich wirklich genau an der Linie möglichst gleichartig anlege. Und das passt dann, finde ich, immer ein bisschen besser. Das ist also die eine. Und bei der zweiten... Wo habe ich denn den Farbkarton hingelegt? Da. Bei der zweiten, da brauche ich jetzt ja 18 x 21. Das heißt, ich schneide mir hier einfach die 18 cm ab. 21 ist es ja schon. Und hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, denn hier möchte ich jetzt einmal, dass ich ja das hier zum Dranschließen quasi. Das will ich außen drauf kleben, damit die Rundung oben schön ist. Das heißt, hier falze ich jetzt bei 4 cm. Und auf der anderen Seite, da will ich ja nur die Lasche haben zum Reinkleben. Da brauche ich nur 2 cm. Und da kann ich es jetzt wunderbar rüberschieben, weil 2 cm kann ich ja auch hier außen anlegen. Das heißt, ich habe jetzt hier einmal die 4 cm und hier einmal die 2 cm. Und rechts und links falze ich auch 2 cm ab. Und das lege ich mir tatsächlich am liebsten hier an dieser Kante an, dass ich hier viel Fläche dran liegen habe. Dann wird das immer gerader, sage ich jetzt mal, und ist am idealsten. So, im nächsten Schritt brauche ich jetzt hier Klebelaschen. Und ich finde es immer ganz schön, ja, wie kann man es machen? Also wenn man drauf guckt, wo hier brauche ich es ja gar nicht, nein, hier brauche ich keine Klebelaschen. Und hier auch nicht, an diesem Stück brauche ich gar keine Klebelaschen, weil das ist ja quasi komplett meine Klebelasche. Also die 4 cm Breite. Und dieses hier schneide ich raus, weil das soll ja quasi, ich runde mich mal dieses Paper Pumpkin, das soll ja dieser Deckel sein. Das heißt, ich werde hier wirklich auch alle Ecken eher runden und das schön alles abschneiden. Ja, ist immer ganz gut, sich so ein Muster auch zur Hand zu nehmen, wenn man das parat hat. Und ja, dann schneide ich jetzt hier die, an den Falzlinien und quasi die Falzlinie noch mit weg. Hier kannst du auch so einen Hauch schräg gehen, eigentlich an allen Seiten könntest du so einen Hauch schräg gehen, dann lässt es sich am Ende einfacher reinschieben in die Verpackung. Es muss nicht viel sein. Nur ein Hauch halt. Und genau, und hier unten, das schneide ich auch einen Hauch schräg nach innen. Die bleiben ja stehen und hier schneide ich die Falz mit weg, aber gerade, weil das klebe ich ja hinten an meine Schachtel ran. Im Notfall kann ich da nochmal ein bisschen nachschneiden, wenn ich nachher denke, dass es sein muss. Das ist also quasi der Deckel und ich nehme mir jetzt hier diese Stanzform, um die Ecken zu runden. Ich muss mal gucken, ob das reinpasst. Das passt natürlich nicht. Das heißt, ich knippe mir die einmal rein und dann komme ich hier wunderbar ran. Nicht an der langen, die lange Lasche lassen wir in Ruhe, sondern nur diese kleinen Laschen. Die möchte ich jetzt nochmal abrunden. Und um da gut ranzukommen, klappe ich mir das ein. Und hier klappe ich es auch ein. Und dann komme ich hier nämlich wunderbar dran, dass ich das anlegen kann bei der Stanze. Und auch hier knicke ich es einmal rein und dann kann ich das hier wunderbar anlegen. So, jetzt habe ich diese Kanten schön rund gestanzt. Hier ist es noch nicht so perfekt, da gucke ich nochmal, ob ich da nochmal nachstanzen kann. Ach so, macht er nicht so ganz perfekt, weil ich das hier den Hauch abgeschrägt habe. Das ist aber in Ordnung so. Und somit habe ich schon mal meinen Deckel. Und dann geht es jetzt weiter mit der Basis der Schachtel. Da wollte ich ja die Klebelaschen hier dran haben. Das heißt, ich schneide jetzt hier schräg so das ab. Und um das hinzukriegen, ich mache das ganz gerne vorm Falzen. Wenn du jemand bist, der lieber erst falzt, um die Falzlinien besser zu sehen, kannst du das natürlich auch machen. Das heißt, wenn ich hier und hier an diese Teile die Klebelaschen dran haben will, Heißt, dass ich schneide hier immer gerade an diesen Seiten ein. Einmal hier. Und einmal hier. Und auch auf der anderen Seite. Ich mache es jetzt einfach mal so. Normalerweise kannst du natürlich auch erstmal alle Klebelaschen richtig schön zurechtschneiden. Hier und hier. Und weil das jetzt Klebelaschen sind, schräge ich die mir an. Und dann kannst du selber entscheiden, ob du sie so lang lässt oder ob du sie kürzt. Ich lasse sie jetzt einfach so lang. Und dann schneide ich die schräg zur Mitte hin. Die können jetzt auch so lang bleiben, weil wir ja hier eine recht breite Kante haben und die nicht überlappen oder so. Je kleiner eine Schachtel wird, umso mehr überlappt das. Und dann macht das auch manchmal Sinn, die einfach einzukürzen, wie du möchtest. Kannst du machen, musst du aber nicht. So, dann nochmal hier. Und dann geht's auch schon ans Zusammenbauen. So, jetzt nehme ich mir erstmal hier ein Falzbein. Ziehe die Falze alle nach. Das sieht man gleich nicht mehr, wo ich die Markierung gemacht habe. Das klebe ich fest. Und bei so festem Farbkarton sieht man das auch nicht durch. Du brauchst die Markierung ja auch gar nicht zu machen. So, und dann wird hier schon zusammengeklebt. Und dann klebe ich das immer so. Also ich mache das gerne so, dass man die Rundung hier noch schön sieht. Und dafür nehme ich tatsächlich gerne den Flüssigkleber. Weil dann habe ich noch einen Moment Zeit, das richtig schön hinzuschieben. Und der hält halt einfach auch bombenfest. Man muss halt nur aufpassen, dass es nicht zu viel Kleber ist und nichts rausgewitscht. Das ist halt bei dem Tombow immer ein bisschen blöd, wenn das passiert, weil der ja so klebrig bleibt. Der ist ja ein bisschen wie so ein Post-it-Kleber. Hat Vorzüge, wenn man das macht. Und hier siehst du jetzt auch, warum man das anschrägt. Weil wenn man das gerade macht und sich hier ein bisschen in der Höhe vertut, dass man nicht so hundertprozentig wie bei der anderen Seite ist, dann steht hier eine Kante über. Also steht das eine Stück halt über. Und das sieht dann nicht so sauber aus, wie wenn man das jetzt hier so ein bisschen angeschrägt hat. Und einfach die Spitzen hier wunderbar zusammenkommen. So, das klebe ich jetzt mal hier nochmal ein bisschen festdrücken. Mal kontrollieren. Das hält jetzt aber schon ganz gut. Und dann kann ich die zwei anderen Seiten machen. Gebe hier wieder Kleber auf die Klebelasche auf. Mal auch gleich auf beiden Seiten. Der zieht zwar recht schnell an, aber auch nicht so schnell. So, dann schiebe ich das hier beides schon mal rein. Das ist nämlich auch immer ein bisschen schwierig, wenn man dann zum Schluss die letzte Klebelasche dann noch versucht da reinzuschieben. Und dann gucke ich mal, dass ich halt hier, wie gesagt, so bis an die Rundung rangehe. Aber nicht so weit. Und dann drücke ich das jetzt nochmal an. Ach, jetzt hätte man natürlich auch überlegen können, ob man einmal die Klebelaschen nach außen zieht, um einfach innen drin einen schöneren Abschluss zu haben. Weil ich da ja dann jetzt noch den Deckel drüber klebe. Aber, ja. Kann man machen, muss man aber nicht. So, dann drücke ich das jetzt hier nochmal. Alles ein bisschen fest einfach. Und dass der Kleber gut anzieht und hält. Und dann ist zumindest die Grundschachtel schon mal fertig. Und dann klebe ich hier jetzt den Deckel dran. Und das teste ich mal, wie das ist, wenn ich den jetzt hier so dran klebe. Ob das sich verschließen lässt. Oh, der ist ein bisschen zu breit. Würde ich fast denken. Und deswegen kommt das hier nicht gut rein. Sollte ich vielleicht dann hier noch ein Loch rein stanzen, so ein halbrund, dass man das gut rausziehen kann. Und was auf jeden Fall hilfreich ist, ist, wenn ich das hier nochmal ein bisschen nachschneide. Und hier einfach noch mehr wegnehme, damit das noch leichter da reinrutscht. Das müsste dann auf jeden Fall auch schon mal besser funktionieren. Also so kannst du das dann nochmal ein bisschen anpassen. Gucken wir nochmal. Ich stecke das nochmal hier rein. Ja, das ist schon... Ja, könnte man vielleicht einen Hauch kleiner machen, also einen Millimeter beim Falzen kleiner machen, aber das geht schon so. Dann klebe ich das jetzt hinten dran. Wo mache ich den Kleber drauf? Ich mache den Kleber hier drauf. Und verschließe die Schachtel quasi auch beim Drankleben. Das heißt, ich stecke das wieder so rein, wie ich es haben möchte. Dann ist das auch stabil. Und dann kann ich das hier gerade dran kleben. Jetzt gebe ich dem einen Moment, damit der Kleber anzieht. So. Dass ich weiß, wo es hingehört. Kontrolliere nochmal, ob das richtig passt. Und dann klappe ich es vorsichtig nochmal auf. Hier ist es sehr weit reingerutscht. Lege mir das nochmal flach hin und gehe hier nochmal mit dem Falzbaden ran und drücke das nochmal richtig fest, dass das hier gut verbunden ist. Und so hast du dann quasi deine eigene Pizzaschachtel schnell selber gemacht. Und jetzt siehst du vielleicht oder verstehst du vielleicht, was ich meine. Ich hätte jetzt natürlich diese Klebelaschen hier draußen hin kleben können. Und dann wäre hier drin das verschwunden. Ja, würde vielleicht auch noch natürlich den Effekt bringen, dass es dann ein bisschen einfacher sich verschließen lässt. Aber ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass es so ist, wie es jetzt ist. So, hier schiebt sich das immer noch sehr schwer rein, weil sich das hier so übereinander schiebt. Das heißt, ich werde auch hier nochmal ein bisschen nachschneiden. Das kann man ja dann immer noch mal gut von Hand auch im Nachhinein nachgehen. So, und hier werde ich die Rundung auch nochmal ein bisschen stärker wegnehmen, damit das da einfach schöner und leichter reingeht. So, immer noch sehr fest, aber auf jeden Fall schon besser. Ja, hier nehme ich auch nochmal ein bisschen was ab. Da kannst du halt dann immer nochmal nachgehen und nachfixieren, damit das sich einfacher verschließen lässt. So, das ist so das Feintuning. Genau, und dann habe ich schon mal die Schachtel. Und jetzt geht es ans Dekorieren. Ich hoffe, du hast da noch ein bisschen Zeit und Lust, mir dabei zuzugucken. Ich habe überlegt, dass ich zum Dekorieren auf jeden Fall dieses blau-weiße Designerpapier nutze. Das habe ich in meinem Video vor zwei Wochen schon mal vorgestellt. Das ist das Designerpapier Land und Liebe, was dann im Januar im neuen Katalog sein wird. Und das hat halt auf der einen Seite Holzmaserung, auf der anderen Seite verschiedene Muster. Und dieses hier finde ich wirklich sehr schön. Die Schachtel hier oben hat ja zwölf mal siebzehn. Ich messe lieber nochmal nach, aber das hatten wir ja zwölf, genau, siebzehn in der Ausrichtung und zwölf in der Ausrichtung. Das heißt, ich möchte hier einen schönen großen Rahmen drumherum haben, dass man, wenn man das hier jetzt aufmacht, ach, dabei fällt mir ein, beim Aufmachen, hier wollte ich ja noch eine kleine Lasche reinmachen. Das heißt, hier muss ich jetzt mir erst noch mal die Mitte anzeichnen. 8,5 ist die Mitte. Mal gucken. Ja, 8,5. Das heißt, ich habe jetzt hier die Mitte. Und gehe da jetzt einfach mit einer kleinen Handstanze rein und mache hier Pi mal Daumen. Die Aussparung. Dann habe ich das auch schon mal wieder. Dann geht das auch schon wieder ein bisschen einfacher zu öffnen und zu schließen. Und sieht auch ganz gut aus. Also das ist wirklich eine wirklich schöne Schachtel. So, und was hatte ich gesagt? 17 mal 12 ist die Schachtel. Dann gucke ich mal, was ich hier noch habe. Oh, das ist noch 16, ist das auf jeden Fall noch. Dann mache ich doch 16 mal 11. Dann habe ich einen Zentimeter ringsum Luft. Habe das Designerpapier gut genutzt. Keine kleinen Schnübbel. Ja. Wobei, ich glaube, ich mache 15,5. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Ich mache 15,5 mal 10,5. Da habe ich mir jetzt nur den Marker gemacht. Das ist vom Farbton her abendblau. Und dann werde ich auch in der Farbe bleiben. Und mir in dem Abendblau noch einen Aufleger da drunter setzen. Gibt natürlich der Schachtel erstens Stabilität. Und zweitens sieht das dann nochmal ganz schön aus. Und das werde ich zuschneiden auf 10,5. Also auf 11 mal 16. Und weil ich jetzt keine Lust habe, nochmal auszuklappen, rechne ich jetzt nochmal. Denn 21 minus 16 ist 5. Und dann kann ich hier einfach 5 cm abschneiden. Also ich kann schon rechnen. Das ist nicht das Thema. Nur die Gefahr, dass man sich verrechnet, ist halt einfach sehr groß. Und so habe ich hier nochmal einen schönen Rahmen drumherum. Das finde ich ganz schön. Und das klebe ich schon mal zusammen. Ne, nehme ich auch lieber, dass ich klebe. Dann kann ich das nochmal verschieben. Und lege das hier drauf. Und dann... Ich bin ja sonst nicht so der Dekorationsfreak, aber so ab und an mache ich das ja tatsächlich auch ganz gerne. Und dann setze ich hier jetzt nochmal ein Band drum. Das sieht dann ja auch ganz schön aus. Und ich bin ja am überlegen, ob ich da noch irgendwas... Also ein Grußpasta finde ich nicht so gut drauf. Weil es hier einfach eine schöne Schachtel ist. Aber man kann hier... Ich kann hier natürlich nochmal ein schönes Element draufsetzen. Entweder einen Schmetterling könnte ich jetzt hier natürlich noch schön draufsetzen. Oder eine Blüte. Und ich glaube... Ach ja, das mache ich. Ich habe hier noch... Oh, das Band ist viel zu lang geschnitten. Ich habe hier noch von verschiedenen Projekten, die ich ja mal gestaltet habe, Reste liegen. Das ist immer perfekt, die dann natürlich auch nochmal zu nutzen. So, hier nochmal... Schleife ein bisschen kleiner ziehen. Ganze Ecke kleiner ziehen, damit ich sie dann nochmal festziehen kann. So. Das war nicht so schön. Das schneide ich nochmal in die andere Richtung. Ich möchte es auch gar nicht so lang haben. Denn sonst hängt einem das da immer in der Kante drin. Das ist natürlich auch nicht toll. Das schiebe ich nochmal einen kleinen Ticken höher. und fixiere das hinten mit einfach einem Hauch doppelseitigem Klebeband. Das kannst du entweder drunter kleben oder ich klebe es jetzt einfach drüber und lasse es so. Tesafilm ginge natürlich hier auch. So, einmal verdreht. Das macht auch nichts. So. Das ist schon mal ganz schön. Und dann habe ich mir jetzt hier alle möglichen Ausstanzungen, was ich noch so übrig habe, hingelegt. Und habe hier noch diese schöne weiße Blüte. Und da mache ich das jetzt einfach so, dass ich... Ich könnte die natürlich mit dem Blau nochmal komplett hinterlegen. Das wäre, glaube ich, ganz schön. Oh ja, dann kommt die auch gut zur Geltung. Das mache ich. Ich hatte erst überlegt, ob ich Transparentpapier dahinterlege. Aber ich glaube, das finde ich schöner. Das heißt, ich stanze... Also das Blau finde ich schöner. Dann kommt die Blüte nochmal besser zur Geltung. Das heißt, ich stanze mir jetzt aus dem blauen Farbkarton nochmal die Blüte kurz aus. Und dann klebe ich da nämlich jetzt einmal die Blüte drauf und... Vielleicht verstärke ich das noch? Nein. Ich glaube, einmal reicht. Ja, und dann klebe ich die... So mache ich mal eine raus, die besonders schön ist und nicht schon irgendwie geklickt ist. Und dann klebe ich das einfach da drüber in der Mitte den Kleber drauf und hier auf die Kanten nochmal so ein bisschen ein paar Kleckse-Kleber. Gott, das war auch so, als ich in der Schulzeit, da habe ich ja auch... Hatte ich ja jahrelang immer, dass der Kleber vorgequitscht hat, bis mir dann dann irgendwer mal diesen Trick gezeigt hat, einfach Kleber... Einfach den Kleber mit einem Papier nochmal zu verschmieren. Meine Güte, ja. Was man so für Probleme hat in der Schule, ne? Trotzdem ein bisschen Kleber verschmiert außen. Macht aber nichts. Dann habe ich hier nämlich diese Blüte. Da könnte ich natürlich überlegen, ob ich hier in der Mitte noch was reinsetze. Das müsste ich dann aber auch nochmal in den Blau reinsetzen. Das ist eine gute Idee. In den Stanzformen gibt es auch noch so kleine Blütenmitten, also Blütenteile, die da noch drauf passen. Ja, dann ist es perfekt Ton in Ton, aber wirklich schön. Also das gefällt mir sehr gut. Das gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen was. Und dann, finde ich, ist das ein ganz dezenter, schöner Kartenaufleger. So, hier setze ich das jetzt rein. So, ich glaube, so finde ich es gut. So ist das wirklich ein ganz schlichter, niedlicher Kartenaufleger. Das setze ich jetzt auch mit Dimensionals da drauf. Und den Aufleger bin ich gerade noch am überlegen. Ich weiß, das ist ein bisschen übertrieben mit den Dimensionals, aber wenn da jemand die Schachtel immer wieder auf und zu macht, möchte ich ja nicht, dass die Blüte hier mal irgendwie abfliegt oder in Mitleidenschaft gerät. Von daher ein bisschen mehr als nötig. So, hier an die Schleife dran. Und dann ist das, glaube ich, hier wirklich süß. Und dann setze ich das einfach so hier drauf. Könnte man vielleicht noch eine halbe Blüte klein in klein hier dran setzen. Die ist auch noch in den Stanzformen. Aber so finde ich das schon ganz schön. Ich hätte natürlich die Schleife auch noch ein bisschen nach außen ziehen können. Ach, aber eigentlich, ich mag es so Ton in Ton. Eine schöne Schachtel. Und ich klebe das Ganze jetzt einfach mit Flüssigkleber und nehme hier jetzt auch die Trägerfolie und klebe das einfach plan auf. Dann kann ich den Kleber hier nämlich auch nochmal nutzen. So, und dann gebe ich hier noch Flüssigkleber zusätzlich drauf. Und dann ist das heute mein Projekt. Und du kannst ja gerne mal auf Instagram gucken nach dem Blog heute Abend. Äh, nach dem Instagram. Hopp, so nennt es sich. Den ich da mit ein paar Stampin' Up-Kolleginnen zusammen mache. Und, äh, ich hab dir meinen Instagram-Account Kreative Entschleunigung. Da hab ich das hier nochmal kurz reingeschrieben. Da drüber findest du mich auf Instagram. Und von meinem Post heute Abend kannst du dann natürlich zu den anderen nochmal hüpfen und gucken, was die für schöne kreative Ideen hatten. Und ja, wie gesagt, die einfache Variante wäre noch mit Manderole. Die mach ich jetzt doch nicht mehr. Das wird sonst zu lang, das Video. Aber wenn du da dran Interesse hast, ähm, sag Bescheid. Dann zeige ich dir nochmal, wie man schnell und einfach so ne Banderole macht. Und hier lege ich jetzt einfach die Karten schön rein. Wie gesagt, da lege ich dann noch die passenden Umschläge dazu oder einfach nur so. Und du könntest natürlich auch gucken, ob du jemanden da noch einen schönen Stift mit zu reinlegst. Vielleicht sogar Briefmarken. Wobei das ein bisschen unpraktisch ist, weil die Post ja wieder angesagt hat, dass sie das Porto erhöht. Von daher würde ich da jetzt kein Porto reinlegen, sondern vielleicht einfach noch einen schönen Stift, mit dem man schreiben kann. Und, ähm, wie gesagt, was auch eine Idee ist, oder das hab ich noch gar nicht erzählt. Das hatte ich neulich nämlich irgendwie selbst auf YouTube bei Jennifer McGuire gesehen. Die hatte so ein Set mit Karten gemacht in Regenbogenfarben. War das, glaube ich, gleichartig gestrickt, die Karten, aber sehr, sehr schön. Ähm, und hatte dann ein Hallo oder sowas, glaube ich, auf jede Karte drauf gemacht. Und dann aber so kleine Grußsprüche wie ich denke an dich und ich wünsche dir alles Gute oder zum Geburtstag hat sie dann dazu gelegt, sodass derjenige, der die Karte verschenkt, das dann noch für den Anlass entsprechend dekorieren kann. Und ich bin aber jetzt ganz happy mit meinem Last-Minute-Geschenk, was ich dann auf jeden Fall nicht als Last-Minute-Geschenk nehme, sondern einfach meiner Schwiegermutter dann noch zu Weihnachten schenken werde. Und, äh, ja, ich bin sehr gespannt, ob ihr das gefällt. Und natürlich bin ich auch gespannt, ob dir dieses Video gefällt. Von daher hinterlass mir gerne einen Kommentar. Und, äh, ja, dann wünsche ich dir jetzt ein, weiterhin eine schöne vorweihnachtliche Zeit und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Tschüss! Musik 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 Musik